so leute es geht weiter mit tour 2017 broteam modus und kriterium du dauphiné wie wir sehen bob jungels neun an der gesamtwertung michael messius ist achte durch die windkante haben schon einige fache zeit verloren von mir auch aber gut was soll es weiter geht es alle noch fit jetzt wird es das erste mal richtig interessant mit anstieg gegen ende auf jeden fall muss ich dabei bleiben rosa valence johnson pantano so meintjes podium war trotzdem mit jungels so gut da haben wir jetzt schicken wir jemanden weg schicke ich bargie vielleicht weg oder roglitz roglitz wenn eine variante so von los noch keine ausreise weg na gut so ausreise sind nun endlich weg ok jetzt ist dabei so wie weit sechs minuten so 100 kilometer soll es noch entspannt so jetzt singt der vorsprung ganz schön zweieinhalb minuten ok der reis sprints wird um das ist mir wusste erst mal So, gleich geht's in die letzten Anstiege rein. So, alle eingeholt, sieht noch alles gut aus, Buchmann ist noch da. So, mein Chess ist vorne dabei. So, wie sieht's aus? Ja, okay, jetzt, WTF. Zabel ist weg, okay, das war abzusehen. Beim Rest sieht's noch gut aus. So, 86 Fahrer noch dabei. So, let's go. So, Tempo ist etwas wieder rausgenommen worden. Der Feld ist relativ groß, 75 Fahrer, also passiert jetzt wahrscheinlich nicht so viel auf der Etape. Der Feld ist relativ großartig. Sechs Kilometer noch. Jetzt greift Venison an, da gehen wir mit. Gesche dabei, Pozovivo. Ähm, ja, mind yes, komm mal, mach mal Tempo hier. Äh, ja. Aller, les gars, quack. So, drei Kilometer, kurzes Flachstück. Let's do Kilometer. Ah, fuck, das schaffe ich nicht ganz. Ja, aber von dabei, dritter oder zweiter, super. Da sieht man noch alles unter Kontrolle für Bob Junges. So, alle im Ziel. Dann kann man mal gucken, wie's aussieht. Jetzt Gewinn vor Pozzavivo und Junges. Vier Sekunden habe ich. Bagie Zehnder geworden. Oh, sogar Abstand. Junges Bagie, Buchmann, Eiking. Oh, Glitch, Mindjes, Geschke. Passt. Keldermann führt jetzt. Sechs Sekunden vor Junges. Amado Isagire von Garda und Thomas Wellens. Pozzavivo, Maika. Roglic, 21. Okay, machen wir gleich weiter. Bam. Ah, jetzt kommt wieder gut Geld rein. Und jetzt haben wir hier eine schöne Bergetabbe. Die fahren wir natürlich noch sehr gern. Und da schicke ich jetzt, äh, vielleicht schicke ich jetzt echt Mindjes mit weg. Weil er eh schon einen Rückstand hat. Weil er eh schon einen Rückstand hat. Oder doch Bagie. Oder eher Wochenbagie. Ich glaub ich schicke Bagie weg. Wurrenbagie... die Angriffen folgen Gäschke macht wieder schöne Helferarbeiten schützt Jungels das ist mir erstmal egal so Buggie ist weg das P geht so so fünf Minuten Abstand Buggie, Bilbao, Morabito, Col de la Corr 8 Minuten jetzt schon, sehr schön nun schon über neun 10 Minuten wird Das ist gut. Der Peloton ist stark. Bleib gut. Ein paar Kilometre vor dem Intermediate sprint. Es wird sich überraschend, ob die Sprinters noch able to score points nach den Passen der Passen gespürt haben. Okay, jetzt wird dann das Feld, äh, das Tempo schneller. Acht Minuten nur noch. Port de l'air? Ah, das Tempo ist ziemlich schnell. Iking ist weg, okay. Roglic wird gleich wegfallen. Na, Roglic hat's noch gehalten. So, und gleich haben wir noch einen schönen Anstieg. Der Break-A-Way hat die gesamten Anstieg. Er hat entschieden, dass seine Leute ihren Fuß runterladen. Die Frontrunners sind am Fuß des letzten Climb. 15,8 Kilometre mit einem Average von 7,9%. Gut, dann gucken wir mal. Gut, dann gucken wir mal. Gut, dann gucken wir mal, mal. Gut, dann schauen wir mal. das ist mit baggie abwarten ja eigentlich brauche ich jetzt hier kein tempo machen reichlich 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 m was mache ich nun der muss jetzt auf jeden Fall höher ja 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 so wie sieht es aus meinet ihr sauglich buchmann sind alle noch super aus dann fahren wir mal noch ein bisschen So, jetzt passiert dann doch mal was. So, aber jetzt lassen wir mal Buchmann hier. Wollte ich eigentlich Tempo machen lassen? Tempo ist hoch, Jürgen Wooker. Wenn es jetzt hier wieder runter geht, dann kann er gleich ein Tempo durchfahren. So, und dann laufen wir mal, dass hier ein paar Leute dann Probleme bekommen. Wie sieht es eigentlich bei Bagheer aus? Bisschen höheres Tempo kann er schon dort vorne fahren. Blaues Gel. Man sieht noch gut aus, Rocklitsch blaues Gel. Ja. 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 ja ok buchmann da was geht zu sehen so jetzt sind doch etwas höher vom tempo von buchmann sehr gut so meint jetzt blaues gel aufhärt sehr gut buchmann macht gut arbeit hier für mich so 4,6 kilometer noch 35 fahrende gruppe 3 km von der finnisch so hinter mir ist keldermann gruppe ist immer noch grüße jetzt hat buchmann probleme jetzt macht reichenbach tempo muss ich schon versuchen irgendwie dran zu bleiben boah der macht richtig krass tempo und schon hat er probleme davon ist sogar noch die schön wdf keldermann ist ganz schön zurückgefallen so da sind wir am ziel bagi kommt noch vor mir ins ziel starke fahren ja und das dürfte das gelbe trikot sein war wieder mal eine leichtigkeit also das war schon wirklich hervorragend von jungels also das könnte ein gutes ergebnis bei der dauphine vielleicht sogar der sieg hätte ich jetzt gar nicht so gedacht also ich fahre immer noch auf schwierigkeitsgrad champion und ich dachte schon es wäre ein bisschen schwerer noch aber gut läuft wirklich nicht schlecht gelbes trikot perfekt grünes trikot weißes trikot was will man mehr bagi war vorne dabei war der etappe gut morabito hat gewonnen bagi jungels genau reichenbach noch ganz schön zurückgefallen rosa jetzt potze vive roland meintjes ist ok spielak formolo maika isa gire pantano navajo buchmann gut gefahren nachdem er viel arbeit geleistet hat keldermann nur 18 so das heißt ich bin jetzt 1,17 vor reichenbach 1,41 vor isa gire ja also pfff der abstand hat es schon in sich 18 das bagi jetzt 19 der meintjes roklitsch buchmann ja gut sieht es aus hier führt jetzt morabito messius junges ek2k ist vorne der team werdung ja also ich bin hoch zufrieden so kann es weitergehen das war es jetzt erstmal wir sehen uns morgen zur nächsten vor wieder dann tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020